ich habe einen Grundstück mein Haus schon weil ich mag erst mal ein Haus bauen und dann... Hey, wake up! Ähm, Lenny fragt ob er rein darf und so einfach mit uns reden darf? Ja, warum nicht? Okay, also ich darf mitkommentieren Ja, du darfst jetzt mitkommentieren Okay, ja, hallo, ich bin wieder da Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht Hätte ich jetzt... So, meine Zusteller dürfen jetzt drei Folgen mit Movie Maker gerendert sehen PTF, äh, du kannst es dann noch morgen gerendern, oder nicht? Ja, aber du bist doch morgen wieder nur weg, ne? Ja, und wie soll ich in die Daten rüberkriegen? Ach, hast du keine Festplatte, oder was? Ja, doch, aber sollte ich keine Festplatte mitnehmen, oder was? Ja, ich verstehe mich immer... Na, du kannst ja nicht so der Erfolge darauf da Dings nennen können und dann hättest du dann zu Hause nennen können Ja, ne, ne, ich habe auch noch externe Platte Ne? Ne, gut, ich könnte die Platte theoretisch ausbauen Na, das wäre ein bisschen dumm Na, warum? Wir ausbauen, zu Hause einbauen Uh! Aber ich renne jetzt 4-3-Format und Movie Maker Ey, Movie Maker ist doch das geilste Programm, ey, weil Auf jeden Fall Ey, da kannst du nicht schneiden, oder so, ey, das ist so kacke Doch, kann man, das ist halt nur kackies Ich werde bald bestimmt mit After Effects rendern After Effects ist kackies zum Rendern Ne, kann ich gerne mal aus dem, kann zwar nicht geil Geil scheiß machen Marble House wird jetzt hier gemacht, oh, ne Ich liebe Marble einfach mal, Marble ist so außen Gay! Ha! Gay! Kennt damit? Ne, logisch Erstmal tunneln lassen Ja, 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 ja Ha! 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 Tunnel Derzeit strippe ich auch ein bisschen Oh, yeah! Oh, man Oh, man Ich muss aber ein bisschen Marble sparen für mich für mich und dann auch für dich für uns da habe ich keine fackeln bei er kann nicht wahr sein du darfst nicht lange fackeln da musst du schnell fackeln machen der war nicht gut ich weiß ich hab den umriss schon von mein haus gemägt aber der schleifen gefunden das aber glaube nicht so mit der schacht pro bild auf etwa abenteuernden entwärmen dessen wir nicht amerikanischer englischer über 1,7 Millionen Abonnenten war so und er hat ihn wie jeder größere YouTube und es sind Millionen Borken Sparks Sparks haben oder L.P. ja die Erkennung ich habe mehr Volentatoren zu holen japanisch ich nur die Kanäle wechseln muss musst du es dann ja ich hatte auf einem anderen 230 wieso hast du den dann gewechselt weil ich in Partner wurde und auf ohne Partnerschaft hätte ich keinen Bock mehr aber wieso wurde sein Partner so schick ich nicht es geht auch nicht ja doch haben die einfach so gemacht dann würde ich aber zu YouTube da gehen und dann wenn ich ja ich hab Protest angelegt dann haben die mir geschrieben um Termin wann sie zum Gericht nach Amerika kommen können nach Washington sie sind nach Amerika ja weil wir halt der Prozent der Standort von wirklich Google ist in Washington die Geschäftsstandpunkt und dann ist dann halt dahin fliegen ja mach doch nun genau die Stimmung ich will ich wissen wie ich mein Haus bauen sollen ha das scheiße ich kaka mein Haus, mein Haus ich hab so als Entwürdig ja krass also es ist erlaubt alle zwei Tage eine Stunde rauszuhauen so zu lang ja also wenn ich die Möglichkeit hätte zu haben vom Internet her, dann werde ich das tun ja ne, ich habe ja die Möglichkeit hätte, ne obwohl sich kein Mensch das eine Stunde lang von mir wieder ankauft das macht keiner freiwillig ne also eine Stunde gucke ich auch echt selten 20 Minuten wobei ich ja der Meinung bin, dass 10 Minuten müde so am wirkungsvollsten sind 10 Minuten müde? weil die auf dem Ende geschaut werden ja ne, ich glaube ich schaue 2x10 oder 2x15 muss ich gucken also, also je nach wie ich es schaffe, wie fähre ich in den 2 Wochen hier jetzt verrieren noch, dann schaffe ich es, aber dann nur einmal 10 am Tag ich war eine Rohstoffkiste ich hab die mal aus Eisen könnte ich hab, wie geht die Eisenkiste? so, mal schauen, wie es eine Kiste geht oder ich glaube, du musst die Kiste mit Eisen umranden, dann das der Eisenkiste also, ich weiß nicht ich kann mich da mal gucken okay, die Kisten sind im Weg ja, das sieht auch irgendwie kacke aus aber Marvel mag ich voll so wie Quartz halt so, es gibt eine der anderen Aktion, die ist verbuggt und deshalb kann man keine Videos abspielen die Werbung steht halt 14 Sekunden und geht einfach nicht weiter krass das ist auch cool, wa? ah, du, ja, ich weiß, was du meinst 1, 2, 3 das ist voll geil und noch eins, aber das ist hier so weitergehen und jetzt muss ich die Kisten abbauen mm oh, zum Glück hat alles nontal gepasst hey Ember und nötig und es ist nachts war er gleich geht ich jetzt gleich gucken um und 1 2 3 ich noch heute holz ihr müsst ein bisschen besser kommentieren hier mit still und Spaß ich bin am Konzentration ist auch gerade weil ich weiß nicht wie ich mein Haus bauen soll das ist natürlich scheiße ja ich muss überlegen also ich habe schon ein bisschen was so so ein bisschen habe ich schon geschafft jetzt kommt das Holz rein ja genau natürlich ist die Lava ja das ist so amana Turtle ist das Lava das ist natürlich sehr geil die gräbt sich doch dadurch war ich weiß ich bin ja und ich konnte er geht nicht hin das ist ein schlechter Lohr Gürtel und Gürtel von 8 Uhr Volker die Schmachtur die Tief eine Gerichtskraft ist geiler Gönnermann zwar ist doch geiler das ist das an die denn es passt zu Kürtel auch nein das habe ich nicht gesagt kommst du da rufen und keine Ahnung und und auch zu mir wird ich bin glaube ich werde ich bin der späteste der irgendwas hier mit anfängt mit kraften und so mit ich glaube ich bin der weiteste ja glaube ich auch fast wieso habe ich schad zu meinen dings das dort kann ich noch verwenden das ist mir jetzt egal ob der nacht sind und ein paar monster da im dschungel sind ich brauche jetzt Holz die können mich mal ach komm schon das ist nur mehr lava am liebsten bräuchten wir jetzt zimmermord mann 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 vielleicht wäre schon geil zumindest bei dschungelbäumen das ist echt geil von sparks war die war ich das ist nicht wahr was ist habe ich hier lava und meine meinigte ist jetzt weg oder wie habe ich das irgendjemand hat geflüstert ich so ich könnte eigentlich ein bisschen hintergrundmusik anmachen habe ich schon ganze zeit ja ne ich vergesse es aber irgendwie immer aber bei mir ich mache ja bei meinen zuschauer auch nochmal die grad bei die hat sie gar nicht mitbekommen weil das bei euch läuft bei mir wird es auch bald bessere qualität geben mit hintergrundmusik schadern und was machst du denn für hintergrund von wem hast du die um hier gegen ins kirchen selber komponiert du auf jeden fall theoretisch würde ich spiele gegen die gitarre und da kann man ein bisschen darauf umklimpern und das als moderne musikbar sie muss aber sich gut anhören doch nur hintergrundmusik und ich bin da jetzt mal weg guck mir ein letztes Leben einem bekannten youtuber an einen bekannten deutschen youtuber vielleicht oder den toilettensimulator alter das ist von prüte palmer okay jetzt habe ich den Namen gesagt egal und deshalb bin ich jetzt mal weg die beiden auch eine schöne gayaufnahme ja diamant dankeschön wirklich okay dann bis tschüss bis tschüss aus der rinnen disgenertet vom new channel so jetzt hier nur noch wie zwei hier auf dem server scheißig viel lava hier nur ist ne aber ich hab ein tier hä du kannst doch Lavaeimer dann so und dann ne ja vor allem so viele Lavaeimer ne naja naja gut haha ja also naja komm das bringt aber schon was wenn du es dann in den dingsterpacks wie heißt das nochmal bitte mal nee in deine wirst ach keine ahnung wie ich jetzt nicht wusste Törtel das auch Generator jetzt hab du was gesagt ja du hast Törtel gesagt ja aber da hab ich Generator gesagt ja ok da hab ich nicht zugehört wie laut die Musik ist ey boah WDF alter ich glaube das sollte reichen Back to game was 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 reichen die Musik lautstärke jetzt ja und wenn man sie nicht hört ist mir auch scheißegal nehm schon wieder 29 minuten auf ey nein habe ich jetzt bei FAPS eingestellt auch zum Glück ey weil bei FAPS kann man ja einstellen dass es alle 4 GB neue Datei anfängt ne ah das ist mir schon mal passiert bei einer Stunden Folge alter das war so kacke das zu schneiden ey das war echt kacke aber zum Glück ist das jetzt nicht und so schlimmer ist dann sind mir noch die Dateien durcheinander geflogen im Ordner und dann muss ich erstmal richtig gucken was zu was gehört ich kann sich gar nicht mehr auseinander halten die ganzen Dateien das sollte reichen und du machst jetzt den Turtle oder was was ich bin hier grad am Freilegen irgendwie ja versuch es zumindestens was ist das für mein Programm einfach Tunnel oder so ja erfx gewählt habe ich gemacht danach lol wie viele Zombies lol oh fuck ey Creeper Zombies hier alle scheiße ey wir müssen mal die Stadt so ein Stadttor machen irgendwie mit Zaun oder so und die drin dann ausleuchten ich glaub ich muss mir doch nen Eimer holen und Downskill hat auch mein Grundstück ja ja jetzt hat er mal bei Whatsapp was in Wester ist äh jetzt will Wester das gleiche machen wie Lenny kann da rinkommen? ja kann er machen ok die unser hat er also das hat mal genau das gleiche war mit Lenny gerade eben auch kann man auch hin weil hat uns wird was geredet hab die ja jey wie viel einen ja einen und der Rest ist wahrscheinlich im Turtle und die Turtle ist irgendwie weg das ist schon so weit seit eh nee ich bin gar nicht weit ich baue gerade mein haus ich bin gar nicht weit in minecraft ja ja der ging es gut gesagt dass es so gegen neun umkommen ja ein bisschen fahren machst du damit oder was na gut okay ich kann denke ich auch mal nicht mal eine halbe stunde und dann nämlich nach unten eine stunde ach nee ich nehme morgen auf weil sonst habe ich jetzt so viel mit rennen und schneiden wir nehmen die ganze zeit auf ich habe von anfang an bis jetzt aufgenommen